Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute Erich Meider da, der Wasserexperte in Deutschland schlechthin und wir machen heute was ganz Besonderes. Wir werden einfach ein Wasserrätsel mit ihm starten und da freue ich mich heute sehr drüber, dass wir über die ganzen spannenden Themen zum Thema Wasser noch mal in die Tiefe eingehen werden. Hallo Erich. Servus. Ja, du hattest eine ganz tolle Idee, als du heute in die Schweiz kamst. Du hast mir Bilder mitgebracht und ich ziehe hier einfach eine Karte und wir sprechen dann über dieses Thema und da freue ich mich sehr drauf. Ich mache das jetzt einfach mal. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja, ich nehme jetzt einfach mal hier irgendwas raus. Gleich kompliziert ist das schon nach sehr viel Heieiei, nee, das musst du mir erklären. Also das muss man vielleicht in die Kamera halten. Genau. Geht das so? Ja, genau. Funktioniert das? Ja, nach der Folie habe ich stundenlang gegraben. Die habe ich nämlich entdeckt. Das ist die Forschung von Professor Naviot. Okay. Professor Naviot hat einen Lehrstuhl an der Universität in Washington und da geht es darum, die Zellsparnungen zu messen. Es geht ja, wie entsteht Energie? Wir kennen ja die Mitochondrien. Ja. Und die Mitochondrien sind die Kraftwerke. Und eine menschliche Zelle weiß, denkt sich wieder, ja Zelle ist Zelle 70 Billionen, ui, ui, ui. Aber was sind wenig Leute wissen, wie groß ist eine Zelle? Zwischen 10 und 30 Mikrometer. Und ein Mikrometer ist 0,001 Millimeter. Aber jetzt fängt die Gaudi an. In einer Zelle, zum Beispiel in einer Nervenzelle, was meinst du, wie viele Mitochondrien sind? Das ist eine Mitochondrie, das schaut aus wie eine Batterie. Wie viele sind in einer Nervenzelle Mitochondrien? Ich kann jetzt nur was Falsches sagen. Genau. Die zweite Frage, wo du dich blamieren kannst, was hat eine Krebszelle für eine Spannung und was hat eine gesunde Zelle für eine Spannung? Das hat mir sogar mal einer erzählt. Genau. Also die erste Frage, also die erste, aber in so einer kleinen Schutzenzelle, die du nicht siehst. Das einzige ist eine Eizelle, die sichtbar ist, mit 0,3 Millimeter, sichtbar, aber alles andere unter dem Mikroskop. Aber in einer Zelle, wie viele Mitochondrien, das spektakulärste ist eine Nervenzelle, wie viele sind da in einer Zelle? Weil du hast ja noch Ribosomen, Golgi-Apparat, endoplasmatisches Reticulum, Zellkern, etc. in einer Zelle drin. Ist ja wie eine Stadt. Wie viele sind da drin? 50.000? 10.000. 10.000. Ich weiß auch nicht. Nee, 10.000. Aber jetzt hast du natürlich gedacht. Ja, ich dachte, ich hau mal rein. Ja, hast du nicht. Aber für einen Menschen, unvorstellbar. 10.000 Mitochondrien in einem Gebilde, das nur unter dem Mikroskop zu sehen ist. Ja, das ist schon wirklich verrückt. Plus, und in einer Zelle geht es ja zu, wie eine Stadt. So, und jetzt kommt da der große Satz, wo ich gesagt habe, wo Professor Pollack, ich glaube, der ist allgemein bekannt, der weist ja nach, immer wenn Wasser mit einer Oberfläche in Berührung kommt, bildet es eine negative Zone, eine sogenannte EZ-Zone, eine Exclusion-Zone, die alles ausschließt. Das heißt, die hat eine gelförmige Struktur und ist komplett anders wie ein normales H2O. Und diese Gelform ist negativ geladen. Die hat eine negative Ladung. Das heißt, du machst hier eine Mikroelektrode und in die Mitte vom Wasserglas hier eine Mikroelektrode und in die Mitte vom Wasserglas eine Mikroelektrode. Und dann tust du eine Glühlampe hereinspannen und es fließt Strom. Also Wasser ist wirklich wie Strom. Und jetzt ist es halt so, dass ich mal gehört habe, und da gibt es ja Bücher, das heißt Dehydration ist die Mutter aller Krankheiten. Also wir brauchen Wasser, wir sind ja Wasserwesen. Eine Krebszelle hat eine Spannung von minus 10 Millivolt und eine gesunde Zelle hat eine Spannung von minus 100 Millivolt. Und wenn ich jetzt Wasser, eine Zelle gut hydriere, dann baue ich natürlich auch die entsprechende Zellspannung auf. Und dann denke ich mir, lieber Herr Gesangsverein, das gibt es ja nicht. Der Professor Naviot misst die Zellspannungen. Da hat er zum Beispiel bei Mitochondrien, hat er hier minus 330 Millivolt gemessen. Minus 330, eine gut hydrierte Mitochondrie. Okay. Und wie kann denn die Energie entstehen? Und in den Mitochondrien, wenn ich die hydriere, gutes Wasser, dann habe ich ja diese negativen Ladungen. Und die treiben uns ja an. Das ist ja der Quell des Lebens. Aber was treibt uns wieder an? Um das jetzt aufzulösen, was treibt das wieder an, dass es so funktioniert? Und zwar dauerhaft, das ist das Licht. Und auch in der Nacht das Infrarotlicht. Auch das ist Professor Pollack nachgewiesen. Und darum, wie ich das gedenkt, ich habe, irgendwo habe ich es mal gesehen in einem Vortrag und da habe ich es gesucht im Internet und die Folie habe ich mir jetzt eben mit Verlaub einfach geklaut und habe gesagt, also ich schreibe es natürlich immer drunter und werde nie vergessen, den Professor Naviot, aber das Zellplasma hat minus 140 Millivolt, das Zytoplasma minus 230 Millivolt. Und jetzt kannst du dir halt vorstellen, wenn du wenig Wasser trinkst, wenn du ganz wenig Wasser trinkst, dann nimmt natürlich die Spannung ab in der Zelle. Und dann schaue ich mir die Bilder an von einer Krebszelle, die hat keinen Sauerstoff, die hat keine Ladung. Und darum ist halt diese Folie, ist eine der wichtigsten geworden, weil er beschreibt auch den pH-Wert zum Beispiel bei den Mitochondrien mit 7,8, also basisch. Das heißt aber nicht basisches Wasser, sondern Ernährung im basischen Bereich, also über Erdbeeren oder Wassermelonen und sowas. Und darum sind ja die Leute, aber schau, die Liposomen haben zum Beispiel einen pH-Wert von 4,5. Man kann nicht pauschalieren, nur basisches Gut. Es ist immer die Wechselwirkung, auch bei den freien Radikalen gibt es ja auch gute und nicht sagen, alle freien Radikale sind schlecht. Also man muss immer ein bisschen differenzieren. Und die Zelle muss ich auch erkennen. Aber daraus ist meine Erkenntnis geworden, oder der Zellkern minus 250 Millivolt, dass ich sage, okay, einfaches Denken, weil die Natur ist einfach. Je besser hydriert, umso besser ist die Zelle versorgt, umso mehr Energie. Und ich empfehle halt allen Leuten, probiert es aus. Tut es zwei Tage relativ wenig Wasser trinken. Also ich möchte jetzt gar heil oder so sagen, aber ich sage, macht es einfach mal einen Test. Du trinkst jetzt zwei Tage wenig Wasser. Wir haben mal einen Limo oder einen Kaffee oder einen Tee. Und dann zwei Tage lang richtig hydriert. Also das heißt, du nichts trinkst, bevor du nicht einen Liter Wasser getrunken hast. Und dann jede Stunde ein Glas Wasser. Wenn du dein Leitungswasser nimmst, immer zwei Minuten laufen lassen. Weil in den Rohren sind sehr viele Schwermetalle durch die Stagnation. Du darfst das eh nicht trinken. Wasser, das länger als vier Stunden steht. Also lass es laufen zwei Minuten. Und dann trink jede Stunde mal ein Glas Wasser. Du musst natürlich wahnsinnig oft zur Toilette. Aber dann stell einfach für dich in deiner Stillen, im Frieden fest, wie fühle ich mich? Zwei Tage wenig und zwei Tage viel. Und ich persönlich merke es halt oft, wenn ich auf Reisen gehe. und dann halt auch oft wenig trinke. Und dann merke ich mir, opala, ich bin ein bisschen älter, als ich mich fühle. Aber dann mache ich mein Wasser. Ich bin jetzt gestern angekommen und habe gestern Abend noch einen Liter trunken, halb früh schon einen Liter trinken. Und es ist einfach super. Und ich kann es sündigen wie nochmal was. Weil das Wasser einfach der Schlüssel ist. Ich habe das hier, witzigerweise, ich kenne das auch, dieses Thema, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin. Ich habe dann so eine Falte hier oben. Die sehe ich immer nur dann, wenn ich dehydriert bin. Morgens. Wo ich weiß, okay, gestern zu wenig getrunken. Und wenn ich hier sowieso im Studio bin, wir haben ja super Wasser hier auch. Wir trinken viel, sehr viel. Und dann sehe ich das natürlich auch. Also die Falte ist dann weg. Also das ist so mein... Ja, und ich kriege halt auch viele Bilder zugeschickt. Auch wirklich von Eltern mit Neurodermitis, wo die Kinder einfach dann viel Wasser trinken. Sie trinken sehr intuitiv. Weil wir haben immer noch, es ist immer Spüre gewesen. So kann uns die Politik nicht verblöden, dass wir sagen, wir spüren immer noch, ist das ein richtiger Politiker oder ist er einfach ein machtbesessenes Monster? Sondern man spürt es ja immer noch. Man glaubt es oft nicht, aber verlass dich auf deine innere Stimme. Und so war das also eine unfassbar für mich glücksbringende Folie, dass ich sage, ja endlich Professor Navion, und das findet man im Internet, der misst die Zellsparrung. Und dann sage ich ihm halt einfach, wässer ist gut. Und das hat auch Pollack da einfach nachgewiesen. Es ist messbar. Es ist nichts Esoterik, sondern es ist einfach Naturwissenschaft. Also was ich auch gesehen habe, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich in Firmen unterwegs war, wenn die Mitarbeiterin über den Winter jetzt relativ viel Tee getrunken haben. Kohlensäurehaltiges Wasser oder Apfelsaftschorle. Das hat man wirklich gesehen. Wir haben so richtig Falten bekommen. Und dann habe ich gesagt, jetzt nimm halt mal ein Quellwasser, kaufst du halt mal in Glasflaschen gutes Quellwasser. Dann hat man das sofort gesehen. Aber was genau hat dazu geführt? Was ist in einem guten Wasser anders wie die Argumentation, ja ich trinke ja einen Tee, das ist ja ein Kräutertee, der ist ja super. Ja, Wasser geht nur zum Versorgen und Entsorgen, ist ja Füllmittel. Und die besten Wässer, ich sage ja, ihr braucht ja keine Filteranlage. Jetzt fangt es einmal an, investiert 50 oder 100 Euro in Plose, Lauretana, Black Forest oder Hornberger Lebensquelle. Das sind meine Fälle. Das sage ich auch immer in meinen Vorträgen. Cool, ja. Ja, Hornberger Lebensquelle ist im Schwarzwald oben. Ja. Black Forest ist im Schwarzwald ein bisschen unten. Plose ist in Südtirol und das andere ist in Piermont. Überragende Wässer, weil es leere Wässer sind, weil es gehört nur zum Versorgen und Entsorgen. Und das mit den Mineralien, es gibt ja Mineralien sind... Sportwasser, genau. Ja, und es gibt ja welche in der Bundesliga, die trinken ja Wasser. Wenn du das der Bevölkerung als Leitungswasser geben würdest, würden sie dich einsperren. Ohne wenn und aber. Und das ist das Gute an der heutigen Zeit, dass auch Leute wie ich sagen, nee, ich stehe auf. Ich sage einfach, Leute, Mineralwasserverordnung und Trinkwasserverordnung sind zwei Welten. Aber wer hat denn das Sagen? Aber gewiss nicht diejenigen, die uns regieren, aber weil wenn du viele Mineralwässer eben nach der Trinkwasserverordnung, was eh nur 55 Stoffe testet, bewerten würdest, dann dürftest du die niemals trinken. Und das ist also zum Teil das Sechsfache oder das Zehnfache vom Grenzwert, wenn es dann oft einen gibt. Uran, Sulfat und so. Also das ist diese Folie Prof. Naviot. Okay. Ist auf der Homepage natürlich bei uns verlinkt, kann man wieder nachforschen. Super. Also ich gebe mir Tipps. Perfekt. Dann ziehen wir noch mal eine hier. Ich hole mal jetzt was Unkomplizierteres. Ja, das war jetzt schon die, das war die Krönung. Ohne. Hexagonales Wasser. Auch wieder das. Okay. Ja, ist auch ein cooles Thema. Jetzt reden wir über Strom. Auch das wollen ja viele Leute verstehen. Was ist hexagonales Wasser? Ja, das muss ich auch wirklich sagen. Das erkläre ich dir jetzt. Ich hatte nämlich auch einen Vortrag gehalten über Wasser. Und da war das, da habe ich richtig eine schlechte Bewertung bekommen, weil ich über hexagonales Wasser gesprochen habe, dass es Quatsch wäre. Nein, 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 nein. Also wer da Quatsch sagt, ich habe hier natürlich ein bisschen Bücher mitgebracht. Das ist das Schlüsselbuch. Ein sensationell tiefgehendes Buch. Also man sieht, ich arbeite da richtig. Ich pflüge mich da immer durch, durch die Geschichten. Ah ja, okay. Also der liebe Gott hat es mir geschenkt, dass ich lesen kann. Sagen wir so, aber arbeiten muss ich mir schon selber. Und solche Dinge. Super. Also spannend. Geht auch wirklich in die Tiefe. Und so. Das ist diese Form wie die Bienenwaben. Die Bienenwaben kann keiner, der dich da lächerlich machen will, bestreiten, dass es Bienenwaben gibt und dass sie nicht verfaulen. Und dass die andere, also so ist es halt in der Natur. Du hast hier sechs Moleküle Sauerstoff. Und du hast sechs Moleküle Wasserstoff. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und Wasserstoff, Wasser hat die Formel H2O. H2O. Und in dieser Formation, wenn ich jetzt sechs Moleküle Sauerstoff nehme, muss ich, wenn ich die Anzahl der Atome feststellen will, muss ich ehrlicherweise, wenn ich das messe, das und das, dann muss ich da dieses Sauerstoffatom dritteln. Ja. Dann habe ich sechs durch drei, habe ich zwei komplette, zwei komplette Atome Sauerstoff. Ja. Zwei. Aber Wasserstoff muss ich nur zwei teilen. Dann habe ich sechs durch zwei sind drei. Dann habe ich H3O2. Also ich habe nicht H2O. In dieser Formation habe ich H3O2. Aber jetzt kommt das Spannende. Was gibt uns die Energie zum Leben? Das Wasser. In dieser Form. Warum ist es so lebensbedeutend? Weil Wasserstoff ist doppelt, Sauerstoff ist doppelt negativ geladen. Zwei Atome mal minus zwei ist minus vier. Wasserstoff ist einfach positiv. Drei mal plus eins ist plus drei. Dann sehe ich hier plus drei und minus vier ist minus eins. Und das ist das Elektron. Und dann hat man immer gedacht, und wir wissen ja, wenn Wasser eine Oberfläche berührt, gibt es diese negative Zone. Da ist das hexagonale Wasser drin. Dass so dieser Tropfen entsteht. Der Tropfen ist wieder eine größere Geschichte von Pollack. Aber das hexagonale Wasser ist ein Energiewasser, weil es einfach ein freies Elektron hat. Und früher hatte man gedacht, naja, das sind ein, zwei Schichten. Aber Pollack hat nachgewiesen, dass es Millionen Schichten sind. Millionenschichten. Und darum wieder, je besser du hydriert bist, je mehr Wasser du trinkst. Und wir reden von reinem Wasser. Nicht von Mineralwasser. Oder in dem Sinne mit Hochmineralisiert und Heilwässer und bla bla bla. Sondern wir reden jetzt nur vom reinen H2O. Und je besser, dann hast du umso mehr freie Elektronen. Und das ist eben die Antwort, wo du gefragt hast, wenn du viel Wasser trinkst, dass die Falten besser werden. Und unglaublich viel, was da passiert. Also hexagonales Wasser ist der Schlüssel. Das ist Energiewasser. Und das hat nichts mit Esoterik zu tun. Das ist einfach eine Berechnung. Jeder weiß, Sauerstoff ist so geladen. Jeder kennt die Bienenwaben. Ja, okay. Aber das ist die Realität. Ich glaube, so sieht man minus eins ein Elektron und millionenfach übereinander. Und je mehr du dieses millionenfache halt Wasser trinkst, umso mehr Zonen. Und wenn es halt auch wirbelt und sowas ist Sauerstoff drin, verwirbeltes Wasser hat viel Sauerstoff. Also wieder mehr Energie. Und das ist einfach das Geheimnis. Sehr schön. Glaube ich, könnte man theoretisch verstehen. Muss man halt nochmal anschauen. Zurück. Ja, es ging auch so ein bisschen um die Frage, wie entsteht diese hexagonale Struktur im Wasser? Wie kommt die zustande? Und was zerstört sie auch? Ja, weil wenn das Wasser mit der Oberfläche in Berührung kommt, dann bildet es das hexagonale Wasser. Das sind diese EZ-Zonen. Warum die entstehen, das weiß kein Mensch. Das ist ein Geheimnis. Es gibt ein paar Forscher auf der Welt, da bin ich gerade ein bisschen, die gibt es aber nur in Englisch, am Rundwüftel. Ich habe mir jetzt von Gerard Pollack was übersetzen lassen. Water sells an engine of life. Zwei Kapitel. Aber die Wissenschaftler sind natürlich so tief drin und ich versuche es in die Sprache der Landwirtschaft zu übertragen, weil es das man halt versteht. Ja, das wäre mir auch recht. Aber ich glaube, das konnte man verstehen. Wir sehen, ich akzeptiere die Natur, wie sie ist. Die Bienen waren faul nicht. Und das ist halt einfach die Formel. Und wenn ich diese Emoto-Kristalle, das ist ja auch noch wichtig. Ich mache die Versuche seit 2008, seit zwölf Jahren schicke ich in die Schweiz Wasser A, Wasser B. Und da steht niemals drauf, dass das was weiß ich, ein Edelwasser aus italienisches Edelwasser ist oder Osmosewasser oder so. Also zum Beispiel bei Osmosewasser, wenn ich das in die Schweiz schicke zum Ernst F. Braun, der das Emoto-Verfahren macht, da habe ich null Struktur. Nichts. Das schaut zerflettert aus, ein Leitungswasser schaut aus, ein Nobelwasser schaut aus wie Dämonenwasser. Und erst wenn ich dann wieder das belebt habe und die sind friedlich nebeneinander, dann kommt das Ergebnis, wo ich sage, das kann doch nicht sein. Und meistert das sauber nach. Ich tue es in eine Alufolie rein, aber die Wässer sind nebeneinander acht Tage unterwegs in der Post. Der Postbote wird auch nicht jeden Tag holt sich anders singen. Also diese energetische Beeinflussung fällt weg. Und trotzdem habe ich sensationelle Kristalle und alle nach dem Vorbild der Natur, alle so hexagonal in dieser Form mit dem 60 Grad Winkel. Da gibt es ein Hacallis-Institut wie den Überlingen, die das macht oder den Dr. Höfer und sowas. Also eins führt zum anderen. Spannend. Hexagonal ist Wasser. Super. Kriegen wir noch eins hin, gell? Ja, freilie. Wir haben aber das Dreiske. Ich darf ja nicht gucken. Mensch, ich habe nur Angst. Hast du alle eingeschweißt? Oh ja, das ist die neueste. Die habe ich jetzt erst ganz kurz gemacht und weil ich einfach, ich bin völlig erschüttert und entsetzt. Er schüttert und entsetzt. Wie kann man uns so verblöden mit dem Leitungswasser? Da bin ich echt entspannt, weil wir haben einmal diesen Wassersparwahn. Ja, wir haben also Waschmaschine, Spülmaschine, wir haben alles Wasser, Spann, 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 Spann. Aber wir sind hier in einer gesegneten Region und wir haben eins gemacht vor 100, 150 Jahren, wir haben einen Schwemmkanal gemacht. Und der Schwemmkanal heißt, es wird weggeschwemmt mit Wasser. Jetzt leiten wir aber nur noch die konzentrierte Brühe ein, in dem Sinne und schicken es zu den Wasserwerken. Und was unverzeihlich ist und ein Skandal. Wir hauen jetzt Milliarden raus. Aber dass wir die Kläranlagen aufrüsten würden, das tun wir nicht. Weil diese ganze Suppe kommt zu den Kläranlagen. Dieses ganze Wasser kommt zu den Kläranlagen. Das ist, wir haben jetzt gesagt, die Trinkwasserfalle. Und die Kläranlagen haben in der Regel nur drei Klärstufen. Die haben einmal ein Rechen, wo alles rauskommt. An, was weiß ich, Rechen und Gebiss und alles Mögliche, wo es rauskommt. Dann haben sie noch zwei weitere Stufen. Nur in Baden-Württemberg und in der Schweiz haben sie vier Klärstufen. Aber es ist denen unmöglich, alles rauszufinden. Zum Beispiel Mikroplastik. Hormone, Östrogene, Antibiotika. Kläranlagen sind der Umsteigebahnhöfe für Antibiotika. Professor Franz Taschner. Und das ist wiederum der Ziehvater von dem Dr. Mutter. Der Professor Franz Taschner. Und der sagt, die Kläranlagen sind Umsteigebahnhöfe für Antibiotika, für resistente Keime etc. Also im Kurztext, die Kläranlagen schaffen es nicht mehr, alles rauszufiltern. Und das Wasser, das die Kläranlagen zum Beispiel in München verlässt, hat sogar der Verschwörungssender Bayerisches Fernsehen von Repulion, die haben gesagt, der Professor hat gesagt, Wasser, das die Kläranlage in München verlässt, ist eine explodierte Apotheke. Das ist die Wahrheit. So, jetzt geht es in die Flüsse sehen. Und jetzt denkt man sich, naja, Flüsse sehen wird mich schon nicht so treffen. Aber, was ich auch so nicht wusste und was vom Umweltbundesamt ist, die Hälfte dieser Abwasser, also es geht weg und dann wird es rausgesagt, dann gibt es den Klärschlamm. Hast du wahrscheinlich schon gehört. Der Klärschlamm wird zu 50% Stand heute noch auf den Feldern aufgebrannt, also ausgebracht. Und jetzt zitiere ich wörtlich Umweltbundesamt von vor drei Wochen, März 2019, schreibt er, im Klärschlamm sind sämtliche Abfälle aus der Abwasserbehandlung, Schwermetalle, organische Schadstoffe, PCB, PAK, Dioxine, Arzneimittelrückstände, Krankheitserreger, Nanomaterialien und Kunststoffreste. Die sind im Klärschlamm. Und wo geht das hin? Es geht auf die Felder. Unfassbar. Und jeder weiß, es regnet, it's raining und es kommt runter. Das ist die Wahrheit vom Umweltbundesamt. Darum sage ich die Trinkwasserfalle. Du hast hier nochmal den Weg und was halt auch wieder, ich sage mal, für mich unverzeihlich ist ein Verbrechen an der Menschheit, dass du nach einem Krankenhaus keine Filteranlage hintust. Ich habe mit jemandem telefoniert, also ich habe viele Whistleblowers im Laufe der Zeit, wenn zum Beispiel die ganzen Wasserversorger sich treffen, einmal im Jahr, da kommst du nicht rein. Ich habe es über das Ministerium probiert, da reinzukommen. Keine Chance. Und dann, was aber das Verbrechen ist, dass du nach dem Krankenhaus keine Filteranlage, wenigstens mit Aktivkohle reinmachst. Weil was die Antwort war von einem Krankenhauschef? Ja, die haben mir gesagt, was soll man da mit der Aktivkohle, wie soll man das verwerten? Das musst du dir vorstellen. Du könntest in Gendorf im Landkreis Altötting. Da hat man vor 2006, haben die Leute mit Greenpeace demonstriert, dass das Umwelt vergiftet werden, das Fische sterben. Das war früher der artenreichste Fluss in Bayern. Jetzt ist alles tot. Und dann hat Greenpeace 26. Und dann haben wir gesagt, die Spinner, Spinner, Spinner. Und jetzt, 15 Jahre später oder 13 Jahre später, haben man das 30-fache eines krebserregenden, eines wahrscheinlich krebserregenden Stoffes im Blut der Menschen gefunden. Diejenigen, die da gearbeitet haben in dem Werk, die dürfen nicht mehr zum Blutspenden. Was haben sie da gearbeitet? Ja, vor 15 Jahren schon mal. Nee, es tut uns leid, das machen wir nicht mehr. Das ist die Realität, weil ich aus der Ecke komme, aus dem Landkreis. Ich wohne jetzt in Schliersee, aber ich habe 30 Jahre in Ebersberg gewohnt und dann bin ich oft im Mühldorf. In der Ecke komme ich ursprünglich her. Und dann dürfen die nicht mehr mal Blut spenden. Und jetzt ist das Aufschreien groß, aber jetzt hat es zwei Jahre gedauert, bis man Aktivkohlefilteranlage reingemacht hat. Und was hat man bis dahin gemacht? Man hat gemischt. Die eine Wasser hat viel PFC-O-A, die anderen haben viel Nitrat und dann hat man das mit wenig Nitrat, das mit dem viel vermischt und das hat man der Bevölkerung gegeben. Und dann schaut ihr die Leute an, wie sie rumsehen. Und dann messe ich die Wasserqualität, gehe zum Landrat, aber wenn ich mit dem Landrat rede, dann rede ich lieber mit, naja, also wo eine Resonanz kommt. Und darum soll ich jetzt die Trinkwasserfalle, dass wir glauben, das ist so gut gereinigt, es kommt über den Klärschlamm zurück, über den Regen und zwar ist es drinnen. Und du findest die Dioxine, jetzt kannst du alles nur nachmessen, auch Dinge, die schon ewig lang verboten sind. Darum habe ich das die Trinkwasserfalle genannt und die Quelle ist Umweltbundesamt. Super. Na dann, das sind so Momente, wo ich denke, das gibt es doch nicht. Doch, das ist aber der Great Awake, wie ich sage, wir müssen jetzt mal aufwachen und den Glauben verlieren, dass die Politik nicht gesteuert wird von Lobbyverbänden, von Interessensverbänden. Schau mal, du machst mit Mineralwasser 3,6 Milliarden Umsatz. Was machst du? Bohrst du ein Loch? Auf der Flucht vor der eigenen Verunreinigung hat der Mensch begonnen, Löcher zu bohren, aber das Wasser aus dem Loch ist für die menschliche Genetik nicht so unbedingt bestimmt. Dann gehe ich aber hin und sage, liebe Leute, mit dem Wasser, Mineralwasser, hätten sie dich vor 20 Jahren eingesperrt, wegen der Grenzwerte. Und dann wirst du erfahren, ja, aber jetzt sind die Grenzwerte anders, ist ja so, aber das sind ja 800 Angestellte, das ist der größte Steuerzahler. Also so sind dann die Gegenargumente. Das ist die Realität um unser Wasser und darum muss, darum sage ich, Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist das Schöne wieder, das Wissen ist da und die Publikationen sind da, du musst halt schauen und das mache ich auch gerne. Mich interessiert das, was schreiben die Ämter. Es gibt in der Schweiz auch den Bericht 248 Seiten über den Zustand des Schweizer Wassers. Es gibt den in Deutschland und in Österreich haben wir 68.000 Altlasten-Verdachtsflächen. Aber diese Flächen, zum Beispiel Linz, das ist sauber abgeordnet, diese Altlasten, die sind ganze Straßenzüge. Zum Beispiel Linz, das kann ich nachweisen. Steht aber alles in offiziellen Seiten. So wie halt jetzt bei unserer Pandemie ja auch viele Quellen da sind, die gesagt haben, oh, das kam jetzt nicht so überraschend. Okay. Bei dir, wenn man sich informieren möchte, wie? Einfach auf Mr. Water Homepage, alles verlinkt. Immer Quellen da. Ich habe zum Beispiel im Bereich Service haben wir Altlasten, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da habe ich Best-of gesammelt. Da kommen wir auch wahrscheinlich noch dazu, was wirklich drin ist in Böden und warum es einfach Sinn macht, sich um sauberes Wasser zu kümmern. Das heißt, dass man irgendein paar Mineralwässer kauft, die ich auch empfehle. Die kennen mich gar nicht, die Leute, aber wo ich getestet habe. Also hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Du musst schauen, jetzt in die Eigenverantwortung gehen, weil wir sehen mit der ganzen Politik, dass wir nicht so gut aufgehoben sind. Die Rentner kriegen keine Zinsen mehr, bla bla bla. Also man musste jetzt erwachen und sagen, ich könnte mich selber kümmern, anstatt zu sagen, die Regierung und der soll mir helfen und der Nachbarn, ach, ich opfer. Nein, nein, nein. Wir kommen in die Zeit der Täter. Wir werden irgendwann selber verantwortlich, weil wir können sonst alles ziehen, wenn wir Interesse haben an einem guten, erfüllten Leben. Das geht. Das funktioniert. Informationen sind da. Das stimmt. Vielen Dank, dass du heute da warst. Und ja, wir machen noch weiter auf jeden Fall mit unseren Interviews. Ja. Machen wir weiter, bleiben wir heiter. Ja. Vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Thema Wasser ist wirklich hoch spannend und auch irgendwie schockierend und erschreckend, was dann doch alles so dann wieder bei uns im Körper landet. Und ich hoffe, Sie konnten einiges an wertvollen Informationen für sich rausziehen. Viel Erfolg beim Recherchieren weiterhin zum Thema Wasser und bis bald. Tschüss.